Herzlich Willkommen. Es gibt ein Goethe-Zitat, das lautet, jeder kehre vor seiner Tür. Was hat er damit gemeint? Wenn man das auf die heutige Welt überträgt, könnte man es so auslegen, dass wir durch die Medienflut vollkommen mit Informationen überfrachtet sind, sodass wir glauben, in allen Ecken der Welt irgendetwas ausrichten zu müssen. Durch die Nachrichten wissen wir, was in Südamerika los ist, auf dem Balkan, in Australien, in der hintersten Ecke der Mongolei, im Nahen Osten, in der Antarktis und so weiter. Und dann fühlen wir uns vielleicht durch unser ethisches und moralisches Gefühl dazu aufgefordert, irgendetwas zu tun. Aber das ist gar nicht unsere Aufgabe. Hier und da gibt es Menschen, die scheinen dafür auserwählt zu sein, irgendwo hinzureisen und dann vor Ort etwas zu machen. Vielleicht soziologische Projekte oder Hilfsprojekte, Ärzte ohne Grenzen. Natürlich, das gibt es und es ist doch schön, dass das gibt. Aber wir alle sind sicherlich nicht aufgerufen, das zu tun, weil wir jeder dazu aufgerufen sind, und in Wahrheit erstmal in uns selbst den inneren Frieden zu finden, wie das geht, habe ich ja schon mehrfach gesagt, und dann diesen Frieden auszustrahlen. Und zwar nicht sofort in die ganze Welt, sondern erstmal in dein nächstes Umfeld. Wenn jeder das machen würde, wäre die ganze Welt in Frieden. Das ist einfach zu verstehen, oder nicht? Und dann fällt auch die Überforderung weg. Es ist so ein innerer Antrieb von uns Menschen, von vielen hoffentlich, dass wir helfen wollen. In uns existiert Empathie und dann wollen wir natürlich irgendwas machen. Zumindest bewusste Menschen können es kaum ertragen, wenn andere Menschen leiden. Natürlich ist es hilfreich zu erkennen, dass sich hier alles nur um ein Spiel handelt, so wie Plus und Minus beim elektrischen Strom. Ohne das Leid könnte es das Schöne nicht geben und ohne das Schöne das Leid auch nicht. Wenn alles auf einem Pol der Harmonie zusammenfallen würde, wäre das Spiel vorbei. Wenn alles auf einem sogenannten negativen Pol des Wahnsinns und des Terrors und der Zerstörung zusammenfallen würde, wäre es auch vorbei. Darum geht es aber auch hier nicht. Es geht darum, dass du erkennst, dass du diese Machtlosigkeit, die du vielleicht manchmal empfindest, wenn du dir die Nachrichten anschaust, nicht mehr haben musst, wenn du merkst, dass du für dich selbst etwas machen kannst. Machen ist ein wunderschönes Wort. Ohne Macht heißt, nichts machen zu können. Ohne Machen bist du dann. Und wenn du wieder etwas tust, dann hast du deine Macht wieder zurückgewonnen, deine innere Kraft. Und dann kannst du auch etwas machen. Erstmal an dir selbst, mit dir selbst. Du kannst deine Geisteshaltung verändern, hin zum Positiven, zum Konstruktiven, zum Kraftvollen. Und wenn du dann wieder deine innere Quelle gefunden hast und dich erfüllt, fühlst und dadurch auch kraftvoll und wirkkräftig fühlst und wieder richtig was tun willst, aus einem eigenen Antrieb heraus und die depressiven Verstimmungen gehen, die Lähmungen und die Orientierungslosigkeit, dann kannst du damit losmarschieren mit einem vollen Päckchen voller Energie und in deinem Umfeld auch etwas bewirken. Das heißt nur nicht mal, dass du deinen Job ändern musst, sondern du kannst noch als ganz normaler Mensch, wie du jetzt bist, in deinem Umfeld bleiben und dann den inneren Frieden, die innere Kraft, die du hast, ausstrahlen. Alleine dein Sein und deine vielleicht veränderten Worte und deine Art, mit Menschen umzugehen und ihnen zu begegnen, bringt schon unheimlich viel Heilung und viel Kraft und viel Frieden in die Welt. Das ist damit gemeint, jeder kehre vor seiner Tür. Das ist auch am einfachsten und wir können auch gar nicht vor einer fremden Tür kehren, weil das ja gar nicht unser Gebiet ist. Und manchmal hilft eine wirklich tolle psychologische Frage und die lautet, in wessen Angelegenheit befindest du dich gerade? Und da ragt es auch schon in private Bereiche hinein. Manchmal stecken wir unsere Nase in Angelegenheiten anderer Menschen. Wir diskutieren darüber, wenn sie abwesend sind. Wir sagen sowas wie die, sollte das aber ganz anders machen oder der sollte das ganz anders machen. Das wäre viel besser. Frage dich, in wessen Angelegenheit befinde ich mich gerade? Und dann kommt sofort die Antwort, nicht in meiner. Und das ist schon ein kleines Hinweisschild für dich, dass du dich erstmal um dich selbst kümmern solltest. Kehre vor deiner Tür, noch besser kehre in deinem Innenleben und kehre den ganzen Mist raus. Mache innerlich sauber mit verschiedenen Mitteln, mit psychologischen, mit virtuellen, was dir gefällt. Und dann kannst du vor der eigenen Haustür draußen kehren und noch ein bisschen weiter, vielleicht deinen ganzen Hof und vielleicht noch in deinem Dörfchen. Aber immer bitte in Absprache mit den anderen Menschen und mit der Frage, wollte das überhaupt oder andersrum, wenn dich jemand fragt, kannst du mir helfen, dann tust du das natürlich gerne. Also wir sollten nicht missionarisch unterwegs sein, weil wir denken, ich habe den Innenfrieden für mich gefunden. Und ich muss jetzt unbedingt alle Leute damit belämmern, belehren oder missionieren. Das nicht. Da kommt es schon ein bisschen auf Empathie an, die hatte ich vorhin schon angesprochen. Und auf Mitgefühl und auf ein Einschwiegungsvermögen, wie gerade die Situation sich verhält, was der andere Mensch vielleicht benötigt und was der andere Mensch mit seinen Aussagen und seinen Verhaltensweisen eigentlich wirklich meint. Und nicht, was du glaubst, ihm oder ihr aufdrücken zu müssen. Und wenn du das tust, bist du ein kraftvoller Macht, voller Mensch. Du tust etwas Gutes für dich und dein Umfeld und dann ist die ganze Sache geritzt. Und wenn alle inneren Frieden ausstrahlen, ist die ganze Welt in Frieden. Natürlich wird das nicht sein können, weil ohne Plus und Minus läuft das Spiel hier nicht. Aber das ist egal. Du kannst für dich das Beste tun, was du willst. Du kannst für dich in Frieden kommen und du kannst ihn auch ausstrahlen. Und dann werden wir einfach sehen, wie das Bewusstsein sich weiterentwickelt. Kehre vor deiner Tür. Das ist keine Gefangennahme oder keine Einengung oder keine Bestrafung, sondern ist eine riesige Befreiung. Eine Befreiung von der Last, dass du für die ganze Welt verantwortlich bist oder dich für die ganze Welt verantwortlich fühlen musst. Wir wissen schon viel zu viel oder scheinen viel zu viel zu wissen und dann nehmen wir das mit in unsere Träume des Nachts. Wir grübeln, denken, oh, die ganze Welt bricht zusammen. Aber woher würdest du das wissen, wenn es diese ganze mediale Vernetzung gar nicht gäbe? Dann würdest du doch vielleicht wie ein Stammeshäuptling dich eher um dein Völkchen kümmern und das würdest du gut machen und weise und vielleicht auch manchmal direkt und streng, aber immer fair und mit einer gewissen Güte und Liebe. Das wäre doch super, oder? Also kehre vor deiner Tür und dann wirst du sehen, was du im besten Sinne davon hast. Vielen Dank.